Was geht, Freunde, Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Okay, ganz langsam. Haia! Du bist echt gut, du musst weiter trainieren. Du hast sehr viel Potenzial. Nein, das war ein kleiner Spaß. So eine Scheiße habe ich noch nie gesehen, weißt du. Gehst du zurück in die Küche und machst du mir Essen? Oh, nett, Alter. Jetzt ist Clourock da. Das darf ja nicht fehlen. Hey, Leute! Guck mal da vorne. Ist das Harry Potter? Was? Hä? Schon wieder die Beden? Hä? Oh, ihr habt es mitbekommen, dass der Macher von Dragon Ball leider gestorben ist. Oh, ich bin gespannt, wie sich da auch vor allem Dragon Ball entwickelt oder das Charakterdesign von Dragon Quest. Weil er war ja an den Design beteiligt von Dragon Quest, deswegen hatten die immer so eine Ähnlichkeit. Ich finde es echt traurig. An der Grenze, habt ihr eure Ausweise bereit? Ich hoffe, die lassen mich durch mit meinem Flüchtlingsausweis. Was? Du hast keinen deutschen Pass? Da los! Weg mit die Viecher! Boah, nett, Alter, weg mit die Viecher! Warte mal, woher kenne ich das? Der Ritters, ne? Woher weißt du, dass ich Ausländer bin? Ach, nur so. Kannst du uns vielleicht illegal reinschleusen? Und so wurden Ong und seine Freunde von diesem Mann illegal in die Stadt reingeschleust. Sie haben es geschafft, ohne Ausweise. Fangt die Ausländer! Die haben keine Papiere! Direkt fünf Sterne, Alter! Bist dich, du Opa! Und nett. Du, die Polizisten hätten uns fast gekriegt. Was ist hier los? Was ist das für eine Stadt? Was ist jetzt los? Video kaputt. Oh, ne, nicht schon wieder, oder? Letztes Mal schon mache ich Aufnahmen. Internet kackt ab. Jetzt schon wieder. Gucken, wie lange es jetzt funktioniert. Was ist das für eine Stadt? Diese Menschen. Hier sind überall... Wirklich, der Online hat mittlerweile so viele Ausfälle, das kann man nicht mal mehr an einer Hand abzählen. Obdachlose Penner, was ist das für eine Stadt? Was machst du da, du alte Fettsack? Ich gönne mir erstmal eine Currywurst. Oh, was? Du hast genug gegessen. Nett. Du bist schon fett genug. Oh, hier gibt es sogar Pokémon-Karten. Was? Was für Pokémon-Korte? Natürlich ist es Klurak. Dieses Klurak ist noch viel wertvoller als dein Arsch. Hey, Sack! Da hat er nicht ganz Unrecht. Hey, Angu. Was? Was ist los? Ich habe gerade was gefunden, vor unserer Haustür. Das waren die Obdachlosen. Die haben in diese Vorte reingekackt und vor unsere Tür gestellt. Ich werde den Obdachlose verbrügelen. Der Chinese? Was will der denn? Du, und dieser alte Fettsack, was wollt ihr? Genau. Prinz Chugi tritt dem kleinen Glatzkopf in die Eier und mach ihn fertig. Ich glaube, das hätte Iro... Doch, hätte er so... Rettricks für die Glorze. Hätte er nicht gesagt, Mann. Eintreffer und K.O.? Mann, was war das? Hardcore? Äh, lauf um dein Leben. Äh, Hilfe, eine verrückte Verwolltmicht. Lass mich keinen Jungen in Ruhe. Ich verpiss mich, lass ihn in Ruhe. Hä? What the fuck is this piece of shit? Oh, was ist denn das für eine wilde Achterbahn? Was willst du von mir? Ich mag deine Glatze nix. Nur deswegen? Du magst keine Glatzen? Ich bring dich um, du Albana. Lauf! Renn, Prinz Chugi. Was? Na los! Ich bin General Iglu. Ich bin General Iglu. Das schreit da einfach so durch den Stand. Und die Sterne, Mann. Und die Sterne wieder weg. Scheißen-Dreck. Scheißen-Dreck. Oh, oh. Okay, das war echt cool, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.